Kevin Kostner und seine Ehefrau Christine Baumgartner gehen getrennte Wege. Doch das tun sie nicht etwa still und leise. Die Trennung der beiden erfolgte mit einem Knall und zieht nun einen Rosenkrieg nach sich. Auf die angeblichen Unterhaltsforderungen seiner noch Frau reagiert der Schauspieler wütend und bezichtigt sie, zu viel Geld für Schönheitschirurgie auszugeben. 18 Jahre Ehe stehen vor dem Aus. Am 1. Mai 2023 reichte Christine Baumgartner. 49 Die Scheidung von Kevin Kostner, 64 Ein Seitdem tobt ein Rosenkrieg. Immer neue Vorwürfe kommen an die Öffentlichkeit, es wird schmutziger und schmutziger. So heißt es unter anderem, der Schauspieler wolle seine Ex und die gemeinsamen Kids aus dem Familienanwesen herausdrängen. Zudem soll Kostner Baumgartner eine Affäre mit dem Untermieter, der ebenfalls auf dem Anwesen wohnt, unterstellen. Zuletzt machten Berichte die Runde, Baumgartner fordere Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder, in einer Höhe. Die schier unglaublich klingt. Auf selbige Forderung reagiert nun wiederum der Schauspieler mit unangenehmen Anschuldigungen. Kevin Kostner soll für seine Kids und seine Ex zahlen. Wie die britische Daily Mail vor wenigen Tagen berichtete, fordere Christine Baumgartner Unterhalt. Für sich und die Kinder. Zunächst nicht weiter verwunderlich. Doch die Summe, die Kostner demnach zahlen soll, scheint dann doch etwas aus der Luft gegriffen. Es ist die Rede von 250.000 Dollar, also umgerechnet etwa 227.000 Euro. Pro Monat. Kinder benötigen das Geld. Gerichtsdokumente, die People angeblich vorliegen, sollen die Wahnsinnsforderung belegen. Die 250.000 Dollar monatlich, also rund 3 Millionen Dollar pro Jahr, seien laut Baumgartner absolut gerechtfertigt. Mehr noch. Der Betrag sei sogar niedriger als der Betrag, den es eigentlich benötige, um weiterhin die Lebensbedingungen aufrecht zu erhalten, die ihre Kinder gewöhnt seien. Doch damit nicht genug. Kostner soll zusätzlich zu den 250.000 Dollar monatlich die gesamten Kosten für die Privatschulen der Kinder und zudem Krankenversicherungen und weitere schulische Aktivitäten zahlen. Kostner weigert sich zu zahlen, wirft seiner Ex vor, das Geld für sich zu wollen. Zwar verdient der Schauspieler laut Gerichtsdokumenten so viel, dass er sich die Zahlungen leisten könnte, doch die immense Summe scheint dann doch etwas zu abgehoben. Auch für Kostner selbst. Der lässt durch seine AnwältInnen mitteilen, dass er die Summe als stark überhöht und unbegründet empfindet. Der Richtwert für den monatlichen Kindesunterhalt auf der Grundlage von Kevins verfügbarem Bruttoeinkommen beträgt 123.620 Dollar. Umgerechnet etwa 113.793 Euro, heißt es in dem Gerichtsdokument. Weiter lässt der Schauspieler verlauten. Um die minderjährigen Kinder mit mehr als dem Nötigsten zu versorgen, ist es nicht erforderlich, lächerliche Extravaganzen zu zahlen, die in erster Linie der Gegenpartei zugutekommen. Kostner macht damit deutlich, dass er davon ausgeht, dass Christine Baumgartner einen Teil des Unterhaltes für sich will. Auch wofür sie das Geld brauche, möchte Kostner wissen. Nutzt Christine Baumgartner die Summe für Schönheitseingriffe? Christine rechnet 60% der Ausgaben, wie Privattrainer, nicht näher definierte Kreditkartenausgaben und ihre Schönheitsoperationen, auf die minderjährigen Kinder um. Die Kinder nehmen die Dienste des Privattrainers jedoch nicht in Anspruch, nur Christine tut das. 188.500 Dollar, also etwa 173.000 Euro, gebe Christine pro Monat für Schönheitseingriffe aus. Das wolle er nicht zahlen, so Kostner in seinem Statement.